Heute darf ich Ihnen das neue Schädelmodell mit 22 Teilen vorstellen. Dieses neuartige und weltweit einmalige Modell wird überwiegend von Magneten zusammengehalten, sodass das Zerlegen und Zusammensetzen ein Kinderspiel ist. Erhältlich sind zwei Versionen, eine anatomische Version in natürlicher Knochenfarbe und eine didaktische Version mit farbigen Einzelknochen, sodass diese besser unterschieden werden können. Wie einfach dieses weltweit einmalige Modell zu handhaben ist, sehen Sie in der nachfolgenden Demonstration. Das Modell wird beginnen mit dem Hirnschädel zusammengebaut. Zuerst werden die Scheitelbeine zusammengefügt. Da diese mit Magneten gehalten werden, gleiten sie ohne Anstrengung ineinander. Das Hinterhauptbein schließt sich von hinten an die Scheitelbeine an, ebenfalls von Magneten gehalten. Auf beiden Seiten werden nun die Schläfenbeine eingesetzt. Diese finden durch die Magnete geführt ihre Position. Das Keil oder auch Wespenbein schließt sich vor Hinterhaupt und Schläfenbeinen an. Wie Sie sehen, kann auch dieses einfach mit Magneten eingesetzt werden. Der Hirnschädel wird nun mit dem Stirnbein geschlossen. Auch hier ziehen die Magnete die Knochen direkt in die richtige Position. Anschließend wird das Siebein in das Stirnbein eingesetzt. Ebenfalls am Hirnschädel befestigt wird dann die Nasenscheidewand. Der Gesichtsschädel wird beginnen mit dem Oberkiefer zusammengesetzt. Zuerst wird das Nasenbein und das Tränenbein angebracht. Das Gaumenbein und die untere Nasenmuschel werden zusammengefügt und mit den Magneten in ihre Position gebracht. Die andere Seite wird entsprechend zusammengebaut. Dann können beide Hälften aneinandergefügt werden. Der Gesichtsschädel wird nun an den Hirnschädel angesetzt. Hierbei wird zuerst das Nasenbein ins Stirnbein eingeführt und der Gesichtsschädel dann langsam in Position gebracht. Um den Gaumenbeinen zu ermöglichen, in die korrekte Position zu gleiten, werden die beiden Gesichtsschädelhälften auseinandergezogen, so dass die Gaumenbeine am Siebein vorbei gleiten können. Dieser Schritt ist sehr wichtig, damit der Gesichtsschädel korrekt angebracht ist. Stabilisiert wird der Gesichtsschädel zusätzlich durch die beiden Jochbeine, welche einfach mit Magneten angefügt werden. Zum Schluss den Unterkiefer ansetzen und der Schädel ist fertig zusammengebaut. Dieser Schädel ist das ideale Hilfsmittel für die Osteopathieausbildung. Führende Schulen und Ausbilder haben den Schädel bereits getestet und waren einstimmig der Meinung, dieser Schädel ist das beste Hilfsmittel, welches Sie bisher für die Ausbildung gesehen haben. Im Lieferumfang sind neben einer Zusammenbauanleitung und einer CD mit einer zwölfsprachigen Beschreibung auch Ersatzteile der kleinen Knochen enthalten. Sollten Sie einmal Nasenbeine, Tränenbeine, untere Nasenmuscheln oder die Nasenscheidewand verlieren, so haben Sie jeweils Ersatzteile zur Verfügung. Und dies bereits von Anfang an ohne Mehrkosten. Zerlegen ist natürlich noch einfacher als Zusammenbauen. Ein hervorragender Schädel, aber überzeugen Sie sich doch einfach selbst.